Hallo und herzlich willkommen zurück zu AMA3 Bragging Point. Heute wieder mit dabei der Dalu Guard. Hi. Die Nancy. Hallo. Und Randy, Sachsen Let's Player. Holöchen. Und meine Wenigkeit, Mac Manious. So, und wir sind hier gerade auf, wie heißt die Map? Äh, First Winter, ne? Ja. Genau. Ja. Genau. Hast du es noch geschafft, Sachsen Let's Player? Hast du es geschafft? Ja, ich hab nur schnell ist Teamspeak hochgeregelt und dann passt es noch. So, ich hab eingekillt. Deswegen wollte ich aufnehmen. Ich muss es auf dem Ziel machen. Was müsstest du? Da musst du den Kill unbedingt jetzt genauer machen. Ach so. Oh, Dalu, ey. Ähm, guck mal, da unten ist ein Zombie im Wasser. Ja, ja, der Bade wird lassen. Na ja, hallo, die Körperhygiene. Körperhygiene gilt auch im Tod. Der Zombie hat eine halbe Gilly an, weißt du? Was will der Zombie mit dem Gilly? Was soll los? So. Die Fire Station ist ein Ding, die will jetzt wahrscheinlich auch sterben, ey. Du willst doch auf die Fire Station drauf, siehst du keine Chance. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich seh, die Brücke ist auf der Map drauf. Also ich seh hier auch grad ne Brücke. Ehrlich? Die Brücke ist schon gar nicht so weit weg. Also ich bin hier grad an der Brücke, genau. Dann bleib da mal stehen. Ganzhaft jetzt. Ja. Ach nee, das ist keine Brücke, das ist ein Umspannwerk. Entschuldigung. Aber das sah voll aus wie ne Brücke. Ey, mit nem Umspannwerk. Sieht aus wie ne Brücke. Na toll. Aber hier ist ne Umspannwerk mit nem großen Turm. Vielleicht sollte ich mich einfach auf den Turm oben drauf stellen. Aber wo Turm? Ich geh jetzt mal auf den hier oben drauf und hoffe, dass da oben ein Loot drin ist. Oh, Toilettenpapier. Nice. Ey, hier hat jemand geschossen. Kann man sich nicht ne Leiter runterrutschen lassen, ey? Nein. Nein. Könnte vielleicht tödlich enden. Ja, auch die Leiter in dem Spiel runterzuklettern endet tödlich, weil du halt zehn Minuten brauchst. Achso. Oh, na okay, ich kletter jetzt einfach mal auf den Turm hoch. Frendi ist einfach weitergerannt. Ja, natürlich. Du kannst dich ne Frau allein im Wald stehen lassen. Und du siehst an dem Damm, ne? Wo war denn der nochmal? Ja, ja, genau. Wir sind dann über dem Damm gerade gelaufen. Du hast doch ein Hexagon, Mensch. Siehst mich doch. Oh, guck mal. Da war es oft da, rechts von uns, da ist ne Lagerhalle. Da spawnt extrem viel Loot. Aber wir haben keine... Ach, schreien die Leute. Moment, der Damm ist doch direkt an der Fire Station, Leute. Hä? Der Damm, also von der Fire Station nach sieht man den Damm. Also, ich weiß nicht, ob das ne Fire Station sein soll, für mich das ist ne Lagerhalle. Nee, das gibt ja auch bestimmt vier Himmelsrichtungen. Irgendwie läuft hier unten gerade jemanden. Ich bin gleich an dem Damm. Du klettert da nicht weiter hoch. Ich glaube, jetzt um einen Baum rum. Ja, da, du bleib mal stehen. Ich komme auf dich zu. Ich will hier aber nicht stehen bleiben, hier ist voll gefährlich. Halt mal an, dann müssen wir in die Gruppe reindoen können hier. Ja, aber das muss ich mal. Aber das Problem ist, ich komme hier nicht auf... Warum? Äh, weil ich... Kann jeder, kann jeder. Ach, kann jeder? Okay. Ad Group. Ja. Herzlich willkommen. So, die Fire Station ist nämlich da. Das da ist die Fire Station. Ach du Scheiße. Ja. Wer hat mal auch gefragt, ne? Das soll ne Fire Station sein, oder? Natürlich. Ganz normal ne Daisy Fire Station. Ja, ich hab Daisy nie so ausgiebig gespielt, ganz ehrlich. Ach, das ist nicht Daisy, nochmal so nebenbei. Ne, das hier ist nicht Daisy, aber das ist ne Daisy Fire Station. Ja, wie gesagt, ich hab Daisy nie so ausgiebig gespielt. Wie mit ihren Scheiß Lizenz Scheiße da, hier wegen ihrer fucking Standalone. Also, wie gesagt, ich bin hier bei so nem Umspannwerk, da stehen noch ein paar Container. Da ist da überhaupt nichts mehr drin hier in den Wissen. Ne, ne, nicht mehr. Ich war ja auch schon hier, ich hab ne Waffe in der Hand. Wo? Das war... Ach du, lass mich mal machen. Das war ne Sniper. Ne, Quatsch, das waren zwei schnelle Schüsse. Ich hab bis einen mitgekriegt, muss ich nicht sagen. Ne, ne, waren aber zwei. Und du warst drinnen, oder? Ach, ja, ja, ich stand drinnen an der Kiste. Also, das von mir aus gesehen, ich hab genau zur Türe rausgeguckt. Bei den mehreren Türen vorne da raus. Also, die kommen direkt von vorn, die Schüsse. Oh, Lucy, du bist in der Gruppe drin geblieben, obwohl du gestorben bist. Alter, da kommt Dalu, Dalu, dret' ich rum, da kommt die Tür raus, da kommt die Tür raus. Das ist jetzt bei mir, das ist bei mir, das ist bei mir, das ist bei mir, da sind n... Komm her zu mir. Also, willst du nen Axten? Ja, ja, klar will ich den Axten, der ist weiter in die Richtung gelaufen. Ja, klar hat er ne Waffe. Ja, klar hat er ne Waffe. Ich kann, ich kann den da trotzdem von hinten der Axten ins Genick auch holen. Ja, klar kennst du das. Ja, wir müssen total die Axten und ich bin hier in der Wildnis, super. 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 Ja, da. Nennt sich dagegen, er läuft vom Damm. Jetzt wüsst du, wo der Damm ist. Also, hinten läuft jemand im Wald entlang, bleibt mal jemand stehen von euch, oder warte mal. Äh... Ist er verletzt? Äh... McManus? Ja? Bist du im Wald und läufst grad aufs Wasser zu? Nein, ich bin am Umspannenwerk. Dann ist es er wieder, das ist dein Mörder. Was? Der läuft, der läuft auch wieder zum Damm und ich hab am... Dein Hexagon müsste am Damm gewesen sein. Aber er ist angeschossen. Aber ich seh die Blutspuren nicht. Wo ist das erlegte Wild? Er wird mich jetzt auch erschießen, weil er irgendwann in der Tanne liegt. Äh... Ich glaube, der hat mich schon geordert hier. Müsste ich sehen, nicht mehr. Aber die Brücke ist er nicht gerannt. Hier ist ein Abzweig. Das war aber kein Hunter, oder? Naja, aber trotzdem muss er sich verbinden. Ah, wisst ihr, wo ich bin? Ich glaube, ich bin beim Radio Mackie. Ach du Scheiße, ich bin im Süden gespawnt. Seht ihr dieses Radio Mackie auf der Karte? Ja, das ist genau in der Mitte. Da bin ich, glaube ich. Okay, er ist schon auf der anderen Seite der Brücke. Wie viel Schuss hat meine AK eigentlich? Ich baller schon seit 10 Minuten. Oh, wenn du fragst du sowas. Das muss ich doch wissen. Da sind die vielleicht alle. Äh, von dem Radio Mackie, wie weit seid ihr da weg? Zwei Leute waren's, Leute. Ich bin direkt im Süden drin. Wie, zwei Leute? Ja, ja. Einer vorm Damm und einer hinterm Damm. Die gehörten aber wahrscheinlich zusammen, weil der hinterm Damm steht nicht auf dem vor dem Damm geschossen hat. Sind wir noch, äh, Hexagon? Ne, ne, noch nen Totenschmier, ne? Ne, ganz kurz hab ich dich gesehen. Also da, ich hab dich kurz spawnen sehen in der Gruppe und dann war's wieder raus. Okay. Alter. Oh Gott, als wer irgendwas hat geschossen. Ja, ja, ich bin nicht so sicher, ob die auf mich schießen. Also meine Waffe, ich hab grad den letzten Schuss noch auf den abgegeben, der der mich gekillt hat. Also der kann meine Waffe... Ja, ich bin jetzt in der Firestation ganz oben in den Turm drin. Ja, das ist fast tödlich. Alle spawnen immer um die Firestation rum. Also du kannst dich da wirklich nicht dran lang dran aufhalten. Außer du willst immer Action haben. Na gut, da kommst du dann schweiz, wenn du jetzt mal stirbst und wenn du keine Ausrüstung hast. Ich überleg bloß grade... Wenn die die Treppe hochkommen, wie viel Schläge brauche ich mit der Axt? Äh, drei. Du kannst aber mit einem die Beine brechen. Äh, okay. Ich... Okay, ich bin... Also ich weiß, wo ich gespawnt bin. Ich war ungefähr zwei, drei Minuten, bis ich wieder bei dir bin. Und wieder in der Nähe gespawnt. Ah, hier ist noch so ein... Oh, hier ist ja noch so ein Turm. Die Berghütte kenn ich doch hier, damals. Im Ferienlager. Als du noch kein Lied war... Haha, inhaltlich. Okay. Warte mal kurz, sag mal kurz los. Ich weiß grob, wo ich bin. Aber ich bin schon mal am überlegen, ob ich direkt nach Fürst reingehe oder... Was ist denn das für eine Sprache? Oder auf die... Was für eine Sprache? Naja, hier unterhalten ich grad, deswegen hab ich grad nur... Sag mal kurz... Das ist eng... Ja doch, das ist englisch. Das ist ja denklich, man weiß es ja nicht. Ja, ne, das hat sich ja ganz bescheuert. Der eine hat einen Stimmvorzerrer an, weil sie eine bescheuerte Stimme kannten haben. Entschuldigung, aber... Ich überleg grad, bin ich jetzt hier an diesem Fluss, der diese zwei Inseln da unten trennt? Möglicherweise bist du da, ja. Ja. Und von da aus, muss ich? Ich hab keine Ahnung. Guck einfach immer nach... Moment, das ist ein Zombie rechts im Wasser, aber der hat anscheinend den verfolgt. Wieso sollte ein Zombie am Wasser sein? Wau, Schuss! Ja, ja, die schießen sich ja gegenseitig. Guck mal immer nach Radiotürmen. Also solche, diese Radiotürme sind auch immer auf der Karte eingezeichnet. Ja, da steh ich grad schon. Und ist bei dir an dem Radioturm Wasser, bist du auf dem Berg? Ja. Ich seh dich, bleib mal da, bin gleich da. Ich bin links von dir im Wasser. Ich schwimm grad rüber. Ah, okay. Warte, ich seh hier einen. Oh. Ah, da unten bist du. Ja. Leute, ich weiß nicht, wo ihr seid. Wir sind gleich an der Fire Station. Die haben alle nur ne Axt, die ist grad... Ach, ich weiß, wo ich bin. Scheiße. Osten. Ich bin genau, äh, eigentlich zur Grenze von der großen Insel. Also bei dem Stück Land, was die mit der großen Insel verbindet. Und das ist ja auch nicht so weit weg. Ja. Komm auf dich zu. Ja, wir müssen eh hochwillen. Also auf der Fire Station sind jetzt zwei Typen auf so'n Dach durch mit ner Axt. Ja, wenn du auf der Fire Station bist und irgendeiner hat ne Waffe unten, es gibt nur einen Weg runter von der Fire Station, das ist die Leiter. Ja, da bist du so gut wie tot. Warte mal da. Ja, die scheinen friendly zu sein, da ist die keine Waffe an. Jetzt sind wir glaube ich nicht mehr in der Gruppe, oder? Kann das sein? Ja. Nee, anscheinend nicht mehr. Nein, 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 nein. Nein, weil ich bin in deiner Gruppe und du in meiner. Und deswegen ging das nicht. Ja, ja. So, wir gehen jetzt, bevor wir direkt zur Fire Station gehen, die ist ein Stück rechts von uns. Hier unten kommt jetzt gleich noch ein Haus am Wasser. Ja. Oh Gott, da bin ich bestimmt gerade. Ah, die werden jetzt in ihre Gruppe inzwischen. Blockhaus? Es gibt nur Blockhäuser, alles was sind bald, ist immer Blockhaus. Soll ich hier warten, weil ich glaube ihr kommt hier her? Kannst du es versuchen, ja. Hier ist ja richtig was los, Mensch. Hier ist auch richtig was los. Du machst sogar Fußabdrücke da, Lu. Ja, aber die verschwinden leider so schnell wieder. Ja, aber es sieht echt cool aus. Ich hoffe ihr kommt hier her. Ist das am Wasser, wo es direkt so eine Brücke ins Wasser reingeht? Ne Brücke ist da nicht. Da ist so ein Vordach und da liegt viel Holz. So ein Schick. Ja, ja. Ah Mist, jetzt bin ich direkt zur Fire Station gelaufen. Bist du wieder an der Fire Station? Ja, jetzt gleich. Also wir sehen sie, 100 Meter. Ah ok, aber die haben mich jetzt eine Gruppe eingeladen. Die haben, oh bloß, der eine hat eine Pistole. Achso, die haben eine Pistole und sagt, wir sind friendly und dann achse ich die weg. Warte jetzt, komm bitte. Ja, aber ich bin ja nicht da, deswegen. Also sag, dass wir jetzt kommen und wir sind friendly. Sind die auf der Fire Station? Erstens, ich kann geenglisch, das ist leider das Problem. Nein, nein, der in ist jetzt gerade unten. Dann sag einfach, wir sind friendly. Dann sag einfach, wir sind friendly. Ja, ja. Lass ich mal kommen. Ok, warte, warte, der ist unten in der Fire Station? Nein, nein, der ist jetzt da, wo du den in Typen gefolgt hast. Äh, da stehen wir jetzt so. Ok. Ähm, Osten. Oder schreib den Game. Na ja, lass ihn doch erstmal kommen. Der hat jetzt gerade bloß eine Axt draußen, der kann eh nichts machen. Ja, hier ist nix zum Werfen und auch nix zum Schiff mehr. Ja, jetzt greift der Typ mich an, ist klar. Das muss hier sein. Da, ich sehe sie. Warte, wir sind gleich da. Ja, komm, greifen, Mann. Also, findest du noch genau? Ich weiß nicht, wer dazu gehört. Ja, der ist tot. Ich hab ihn eh, du Arschlange. Aber er hat mich gut erwischt, ich bin am Arschlange. Ich seh die Fire Station, ich komm gleich. Painkillers brauche ich, ich brauche einen Verband, Leute. Hast du noch Verbände? Ich verbinde mich da. Ich hab so einen Notraum verband da, also. Boah, ich kann nicht aufs Inventor zu greifen, meine Fresse. Was auf eh nur eh nur von den eh nur von denen durfte noch auf dem Dach sein, das war uns wer. Ernsthaft? Ok, warte mal, lass mich mal. Ich bin außerhalb, ich kann ja mal schnell spotten. Ich bin wahrscheinlich sowieso gleich tot. Aber ich bin nicht mehr auf das Dach kommen, das ging durch die Leiter, oder? Ja, ich bin außerhalb, außerhalb. Ich guck grad direkt auf die Treppe, äh, drauf. Komm mal mit in die Gruppe. Naja, ich hab keine Einladung erhalten. Ich wollte es eigentlich bis zu euch schaffen. Soll ich außerhalb bleiben, oder soll ich reingehen? Ja, reingehen ohne Waffe ist halt Schwachsinn, weil jeder kommt immer zur Fire Station. Wo treffen wir uns an dem großen Stein? Ich bin das, bist du das mit der Axt hin oder Fire Station? Ja, viele Leute haben auch eine Axt, aber wir sind zu dritt hinter... Da unten kommt Nancy. Ja, warte, ich bin das. Da unten kommt Nancy. Das bin ich hier. Also hier oben, da, lu, hier oben auf dem Dach, da, war da eine Typ noch. Ja, dann bleib stehen. Ja, ich bin nervös. WTF? Das weißt du, dass das Nancy da nervös ist. Also bei TAC musst du ja, äh, irgendwie täglich, äh, Herzanfälle bekommen haben, oder? Haben die, äh, jetzt eine andere Frage, hat der eine Waffe gehabt, oder hat der nur... Ja, wenn wir hochgehen, sind wir oben, das ist doch genauso tot. Also ich würde sagen, wir machen als nächstes Ziel mal schnellen Airfield, damit wir an Waffen kommen. Also da oben war noch einer, ich weiß nicht, ob der, hattest du ne Pistole von denen gelootet, Dalu? Ja, aber der hätte keine Muni gehabt, deswegen hat er nicht geschossen. Das ist ja was Bescheuertes. Also die Pistole hab ich. Ich hab auch eine. Äh, Luft hier mal, ich guck mal nach hinten. Ich versuche mal zu spotten. Aber in der Fire Station ist er absolut nicht mehr dran. Ne, der ist nicht mehr dran. Da müssten wir jetzt erwarten, bis da wieder was spawnen, und es dauert zu lange. Ach, wie schön das Spiel aussieht in Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß bei dir? Ja, ja, ich hab mich auch schon... Ne, dann ist er weg. Ja, der hat mich ja 2-3 mal getroffen, wenn der Scheiß-Axt. Oh, abhauen. So, jetzt direkt über, vorne über das... Auf die große Insel. Gott, ich muss ja erst eine Gruppe einladen, dann abschlachten. Oh, was? Vom Damm aus, vom Damm aus. Abhauen, abhauen, abhauen. Der steht direkt auf dem Damm obendrauf. Ja, was für eine Reichweite, Amti. Der ist vom Damm runtergesprungen. Das war geil aus. Das war richtig nice aus. Der ist vom Damm gesprungen ins Wasser. Okay. Aber da ist noch jemand drauf. Da ist noch jemand drauf. Dann hat er jemanden runtergeschossen, das war die Mafia. Wir haben bestimmt die Füße einbetoniert und ins Wasser. Sie looten kann er nicht. Der liegt im Wasser. Ich hab dann leicht ins Wasser. Also ich hab irgendwas ins Wasser. Und das gottet dann wahrscheinlich uns. So, das ist ja schon mal nice, dass wir jetzt hier zu 14. Sollen wir jetzt zu der kleinen Insel unten schwimmen? Nein, auf der kleinen Insel ist nichts. Ich glaub hier ist das Blockhaus da, oder? Ah, hier ist das Blockhaus, was ich meine. Da ist nichts drin. Ja. Da warst du schon? Ja. Ich würd sagen, wir machen jetzt noch First und dann auf die... Unten links zum Erfehlzeit war wahrscheinlich unsere Ruhe. Wir wollen doch keine Ruhe, wir wollen da rechnen. Ja, aber du willst ja erstmal Waffen haben. Ja, das wär nicht schlecht. Kriegst du auch in den Blockhäusern, wenn du Glück hast. Ja, weiß ich schon, aber da ist alles leer gelootet. Ja, doch, doch. Wir wollen ja alle respawn, das ist ja alle 20 oder 15 Minuten. Das ist ja neun Loot. Läufst du gerade vorne weg, ja? Ja, ja. Ne, da loot meine ich grad. Ne, da loot ist... Das ist Nummer 3. Wir müssen uns dann einfach ein bisschen links halten und dann laufen wir direkt nach Fürsk rein. Ach, ihr seid da. Ja, okay. Es gibt ja noch keine weiblichen Charakter. Ist auf jeden Fall auch wieder sehr diskriminierend. Ja, das würd ich grad sagen. Ich hasse das. Naja, man muss ja auch überleben. Es ist ein Überlebensspiel, Leute. Ey! Was ist da los? Nicht mehr ist das Schönste. Ja. Das hätte gerne gedacht, die psychologische Wirkung würd ich gerne mal sehen bei Frauen-Skins. In so einen Spielen. Nein, bei der EZ hast du es ja. Also bei der EZ spiel ich auch immer weibliche Charaktere in der Hoffnung. Mich lässt jemanden geben, aber es ist egal. Das Schlimme ist, die sagen dann immer gleich, ja, du bist nicht weiblich, du bist nicht weiblich. Und wenn dann mal eine weibliche Person ankommt, dann sagen sie, was, du spielst EZ? Mhm. Weil die glauben dir das so oder so nicht. Okay. Einfach schießen. Das ist eh ein Überlebensspiel. Irgend kein Friendly-Spiel. Ne. Das wär langweilig. Ähm, hier müsste theoretisch... Irgendwie so ein komisches Dorf sein da vorne. Hoffe ich jedenfalls. Was mit den 4 EZ hinten dran? Ja. Was in der Gebäude? Ach ne, da. Ach das. Ach das. Le Milly. Oder wie sich das nennt. Le... Ja, keine Ahnung. Oh mein Spieler. What? Spieler mit Waffe. Na eben, na eben. Wo? Der hat einen Sniper, der kann im Nahkampf nicht schießen bei mir. Komm zu meinem Kanal, der hat einen Sniper und kann im Nahkampf auf jeden Fall nicht schießen. Die müssen die will ich hab. Gib mir die Waffe. Hau's weg, hau's weg, hau's weg. Hau's weg, hau's weg. Hau's weg, hau's weg. Hau's weg. Bleib stehen. Nö, four hedges run! Run! Hau's weg, run! warum weil der gerade deutsch gequatscht hat mit uns gesagt ihr spacko ist verpisst das werden wir nicht ich bin so tot ich kann mich nicht mehr verbinden ja ja ich bin doch ja wir sollten aber da kann auf distanz mehr erreichen ja also wir müssen jetzt auch nach dem schuss war einfach ein riesiger blutfleck auf meinem monitor da bin ich verblutet verbinden verbinden konntest du mich auch nicht ich hatte nämlich noch ein verband gehabt ich würde erinnerlich einfach zerstört hattest du irgendwas bei dem ist nicht schlimm läuft einfach weiter die map ist ja nicht so gut er hat nichts bei sich gehabt eine pistole ohne munition und kompass hat er den jetzt gekriegt aber dadurch der einfach an uns vorbei gerannt ist oder ja ich dachte wieso haben die anderen nicht gesehen die straße die führt theoretisch nach die nur steck am besten deine waffe weg dann ganz schön schneller also die achse immer bereit halten es bringt ja nichts wenn wenn er läuft sich ist wenigstens ein mit pistole gabte munition da hätten wir jetzt die sniper gegen ist jetzt weiß ich nicht wo ich bin irgendwas wenn eine map hat was sagt oder es ist die n oder da guck ich gerade mal irgendwas mit s am anfang also ich mein sd satten ja da bist du in der mitte rechts am strand ok aber da ist eine stadt da kannst du schön looten gehen seht ihr mich noch wo seid ihr jungs hinter dir dreht ich mal rum ja ich hab's gesehen kann ich ja wir haben doch alle hier vorne ist ein zombie akku was ist da los oh gott nein sie kriegen herzinfacht um die jene schon schon lange gekriegt das wort mich manchmal hat eigentlich hat eigentlich jeder huhu im blick bei den küsten aufpassen da kämpfen die immer gerne was will ich mit dem tennisball machen die Aspen schon schicken frische das bietet ihr seht ihr steht hier so offen ist da eine frisbee drin gewesen guck euch mal hier da war gerade ein ortsschild kann man ja gerade mal durchlesen stopp militärgebiet ok mit der gebiet wie gut da lang hier an der straße lang geht zum militärgebiet morgen geht's ja gerade aus ich guck mal auf der korte und jetzt gerade hin latschen wir müssen nach höheren nähe müssen wir laufen nach höheren nähe gerade sind wir auf der richtigen nach höheren nähe gerade sind wir auf der richtigen